Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Sportsbetting Academy. Und heute habe ich gleich zwei Sachen, die ich ankündigen darf. Und es freut mich, dass du dieses Video gerade anschaust, denn es gibt hier eben zwei Neuigkeiten, die ich dir heute präsentieren möchte. Neuigkeit Nummer 1, die was wir hier haben. Wir haben ein neues Logo für die Sportsbetting Academy gestaltet. Und dieses Logo möchte ich dir heute mal vorstellen. So schaut das neue Logo von der Sportsbetting Academy aus. Und in den nächsten Tagen werden alle Bereiche von der Sportsbetting Academy so gestaltet, um einfach noch besser die Botschaft zu vermitteln, was wir eigentlich hier machen. Und ja, wir sind eben die größte deutschsprachige Bildungsplattform für das Thema des Sportwettens und vor allem, wie man die Möglichkeit hat, überhaupt diese Industrie zu schlagen. Und es gibt dann eine zweite Neuigkeit, die ich hier gleich parallel ankündigen möchte. Und auf die bin ich auch sehr stolz und sehr dankbar. Und zwar haben wir eine Büroeröffnung in Graz. Und zwar von der Sportsbetting Academy gibt es jetzt neben den ganzen Online-Kursen, die was schon seit über drei Jahren hier existieren, nun auch ein Büro, das dann in Graz für euch die Türen öffnet, wenn ihr das Thema des Sportwettens erlernen wollt. Und am 21. Mai um 12 Uhr ist die Büroeröffnung in der Spitzgasse 8 in Graz, wo ich dich einlade, dass du hier vorbeikommst. Und dass du mal siehst, wo das hier in Graz ist, habe ich hier eine Karte dargestellt. Und zwar habe ich hier eben, du siehst das auf der linken Seite, das ist ein Haus. Und im unteren Bereich, da richte ich gerade alles noch fertig ein für uns, wo wir dann eben auch unsere Schulungen haben. Und rundherum um dieses Haus ist ein riesengschöner Garten, den wir hier ebenfalls mitverwenden können. Und wenn du eben dabei sein möchtest, unter dem Video bitte ich dich, dass du dich anmeldest, weil wir eben hier nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmer hier mitmachen können. Und der Link dazu findest du dann in der Videobeschreibung darunter. Ja, du siehst hier, begrenzte Anzahl an Teilnehmer. Und es gibt hier auch einige VIP-Gäste, die ich eben hier auch kurz vorstellen möchte, die was eben auch zu dieser Eröffnung kommen werden. Und zwar der Michael Gruber, ist ein Mitgründer von der Sportsbetting Academy. Der wird hier dabei sein. Dann auch der Stefan von der Firma SYBR Digital. Das ist eine Werbeagentur und die beschäftigen sich mit Design und Marketing. Die machen zum Beispiel von der Sportsbetting Academy den Facebook-Auftritt und auch die Homepage. Das heißt, wenn du zum Beispiel Facebook einmal eine Werbeanzeige siehst, dann macht das der Stefan und der Marcel. Und wenn du eben auf die Homepage gehst, das zum Beispiel designt zum Beispiel der Stefan. Und hier eine Seite von SYBR.at. Wenn du dort einmal vorbeischauen möchtest und einen Webdesigner brauchst, dann bist du hier in guten Händen. Dann haben wir als nächsten Gast den Fabian. Der Fabian ist ein Softwareentwickler und ein Sportwettenprofi. Hier werden wir euch etwas dann präsentieren, das es so überhaupt noch nie gegeben hat im Sportwettenbereich. Lasst euch überraschen. Wir werden hier jetzt noch gar nicht so viel verraten. Da wird es dann eben später dann eine Präsentation auch geben bei der Eröffnung. Und der Fabian ist eben hier auch mit dabei. Dann der Julian ist der Partner und Kollege vom Fabian. Die machen das zusammen, ist ebenfalls inzwischen ein Sportwettenprofi aus Österreich, der konstant hohe Profite mit Sportwetten generiert und war und ist auch Teilnehmer von der Sportsbettling Academy. Dann wird auch vorbeischauen, der Wolfi, der inzwischen schon drei Eigentumswohnungen sich erarbeiten konnte, dank der Sportwetten und der Wettgewinne. Dazu gab es ja auch auf YouTube schon einmal mehrere Videos, wo ich mit dem Wolfi eben hier ein Interview geführt habe. Und es freut mich sehr, dass der Wolfi hier mit dabei ist. Ich habe ihm das vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren, war er mein erster Teilnehmerkumpel, wo wir das zusammen gemacht haben. Und heute hat er inzwischen sich schon drei Eigentumswohnungen damit verkaufen können. Ja, ihr könnt natürlich dann ihn auch dort live vor Ort treffen und dann eure Fragen stellen. Den nächsten VIP-Gast, den ich ankündigen darf für die Eröffnung, ist der Ferry aus Deutschland, ist auch Sportwettenprofi. Und über ihn habe ich ja schon mehrmals Interviews gehabt, wo ich auf YouTube das euch gezeigt habe. Einmal war ich bei ihm persönlich zu Hause als Gast. Und auch so hatten wir schon über Zoom mehrmals die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Und freut mich riesig, dass du vorbeikommst, Ferry. Und schauen wir uns an, wer noch dazukommen wird. Und zwar der Gary. Der Gary ist auch ein Sportwettenprofi aus Österreich. Der Gary generiert aktuell, nach dem Erarbeiten von dem Wissen aus der Sportsbetting Academy, konstant 100 Euro pro Tag. Und das absolut risikolos. Das heißt, der Gary hat sich eben darauf spezialisiert, zu verstehen, wie man eben Quotendifferenzen handelt. Und das setzt er wirklich sehr, sehr, sehr stark um. Und freue mich auch riesig, dass du vorbeikommst, Gary. Dass wir uns hier auch wieder weiter austauschen können. Dass auch andere dich kennenlernen. Dass wir uns auch persönlich kennenlernen. Und schauen wir uns auch noch den nächsten VIP-Gaster an. Das ist der Olli. Der Olli kommt auch aus Deutschland. Ist auch ein Sportwettenprofi. Der Olli ist ein Teilnehmer vom Live-Coaching-Programm. Und der Olli generiert auch hier konstant schon sehr, sehr tolle Profite. Das war zum Beispiel ein Auszug aus seinem Orbit-Exchange-Konto, wo er mir eben hier mitgestylt hat, dass er hier zum Beispiel in einem Monat knapp 800 Euro rein mit dem Traden auf der Börse generieren konnte. Wann beginnen wir? Und zwar um 12 Uhr wird das starten am 21. Mai. Und das Programm wird so sein, dass wir einen Empfang haben. Und danach um circa 13 Uhr werden wir dann eine Präsentation machen im Büro von der Sportsbedding Academy. Wie ist die ganze Firma entstanden? Was ist das Ziel von dieser Firma? Wie können wir euch helfen in diesem Zusammenhang? Und das werden wir dann auch auf YouTube live, sofern wir es technisch zusammenbringen, übertragen. Dann hast du auch die Möglichkeit, dass du einen Blick hinter die Kulissen werfen kannst. Das heißt, wie produziere ich meine Videos zum Beispiel? Wie werden die aufgezeichnet? Da können wir zum Beispiel auch zusammen dann die einen oder anderen Fotos machen und so weiter, wenn du es möchtest. Und natürlich haben wir dann einen Riesengarten, wo wir eben dann draußen auch, sofern das Wetter hoffentlich dann schön ist, eine gemütliche Runde dann haben. Und wir halt dann so lange dort bleiben, wie wir halt wollen. Also open-end. Ich glaube, spätestens 22 Uhr oder so müssen wir dann eben auch Schluss machen. Aber es soll heute ein schöner Nachmittag werden, wo eben ihr dabei sein könnt, wenn ihr das wollt. Und ja, was erwartet dich eigentlich im neuen Büro? Es wird dann in der Zukunft dann jede Woche Live-Workshops geben, wo wir uns über das Thema unterhalten, wie finde ich Valuequoten und Surebets in Sekunden. Das heißt, das zeige ich dir dann live. Dann, wir wetten auch zusammen im Raum Graz. Das heißt, wir gehen wirklich zusammen dann zu diversen Annahmestellen und werden eben zusammen diese Wetten dann dort vor Ort wirklich platzieren, sodass du im Endeffekt das auch wirklich erlebst, wie das eben funktioniert. Wir führen dann auch ein professionelles Wettjournal. Das heißt, dass du wirklich einmal diese ganzen Handlungsschritte dann praktizierst, um eben den Überblick über deine ganzen Wetten zu haben, die Kontostände zu kontrollieren und das dann auch auszuwerten. Du erlebst eben live alle notwendigen Handlungsschritte für deinen maximalen Sportwettenerfolg. Und du nimmst auch Platz auf unserer Gewinnercouch und wir feiern zusammen unsere Gewinne. Das heißt, diese Gewinnercouch, die wird dann so ausschauen. Das heißt, hier werden wir uns dann, nachdem wir zum Beispiel die ganzen Wetten platziert haben, dann auf unsere Ergebnisse warten, wie die ganzen Spiele ausgehen und können dann dort auch ganz in gemütlicher Runde einfach einen Smalltalk führen und uns über das Thema des Sportwettens prinzipiell und grundsätzlich unterhalten. Dann auch was trinken zum Beispiel. Und du erhältst eben auf alle offenen Fragen eine sofortige Antwort zum Thema des Sportwettens. Mit Hilfe modernster Technik erkläre ich dir in unserem Schulungsraum, welche Handlungsschritte notwendig sind, um profitabel Sportwetten zu betreiben. Ja, und dieser Schulungsraum, der wird dann so hier ausschauen. Im Hintergrund, das sieht man jetzt auf diesem Foto nicht, wird dann eben mehr ein diverser Fernseher dann sein, wo ich eben euch das dann präsentieren kann, wie eben hier die ganzen Handlungsschritte sind. Ja, ich freue mich auf dein Kommen und ich danke hier noch einmal recht, recht, recht herzlich an alle 1777 Mitglieder, die bereits in der Sportsbetting Academy sind und die uns vertrauen und das Potenzial in unserer Arbeit erkannt haben. Denn ohne euch wäre das hier nicht möglich gewesen, dass wir hier ein Büro eröffnen können, um eben euch das noch besser zu schulen, noch persönlicher zu schulen und noch einmal recht, recht herzlichen Dank an alle, die eben hier schon mit dabei sind und ich freue mich, dass ich viele von euch auch hier persönlich kennenlernen darf. In diesem Sinne, wenn du dabei sein möchtest, bitte unterhalb von diesem Video gibt es einen Link, wo du dich anmelden kannst, um eben hier bei dieser Eröffnung mit dabei sein zu können. Ich wünsche euch alles, alles Gute weiterhin mit euren Sportwetten, viel Erfolg und wir sehen uns am 21. Mai zur Eröffnung. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020